Ich find's auch immer noch so lächerlich, dass jedes Mal, wenn ich ARK starte, sich die komische VR-App mitstartet. Hat ARK überhaupt einen VR-Modus? Mit Sicherheit. Was macht dieser Pego? Was macht Willi? Willi schwebt in der Luft bei mir. Willi ist ganz schön krass. Hä? Achso. Wer ist Willi? Ja, den hab ich jetzt auf der Schulter. Achso. Aber wir haben Willi und Willi 2 vor allem auch, ne? Ja. Äh, ich wollte dich eigentlich nicht streicheln, ich wollte dich hochskillen. So, was wollen wir denn heute machen? Ja, den Raptorn wollten wir doch holen als nächstes, glaub ich. Raptorn, äh. Glaub, dat war so der Ziel. Was ist denn jetzt los? Achso, Tab ist ja schon wieder, ach man. Was, ich verdorste? Wieso denn sowas? Ich weiß ich nicht, wieso du sowas machst. Melan's Water. Und was essen wär auch mal gut. Auch im Real Life, ey. Ich hab jetzt schon mega Hunger. Ich muss nur bis 19 Uhr warten, ey. So ne Scheiße. Okay. Spielen wir wahrscheinlich einfach nur kurz. Wo ist mein Inventar? Auf I? Warum ist das nicht auf Tab? Ich hab's auf Tab gelegt. Warum ist das nicht mehr auf Tab? Das weiß ich nicht. Inventar. Hä? Inventar ist auf Tab. Es ist Legend auf Tab und wenn ich Tab drücke, kommt trotzdem nur die Konsole. Bra. So, jetzt. Also, Betäubungspfeile hattest du mir gemacht. 11 Stück an der Zahl. Ja, ich hab 11. Ne, 12. 12 Narkopfeile hab ich. Oh, wird vielleicht reichen. Na, für einen, wenn wir Glück haben. Ach, wir können ja noch mit nem Knüppel draufhauen. Das passt schon. Und ich brauch immer noch zwei Level, bis ich die machen kann, wie du so schnell abgelevelt hast, dass wir ein Rätsel muss schon wieder gescheatet haben. Ganz bestimmt. Das wird's sein. So, äh, die Frage ist, wo spawnen denn Raptoren? Wahrscheinlich irgendwo oben. Wir müssen da wahrscheinlich vom Strand erstmal weg. Ich hab keinen Knüppel mehr. Auch hier die Frage, warum. Oh, ich müsste bei mir mal alles reparieren. Das ist alles ganz schön im Arsch. Ja, grad hab ich's gesagt. Sag mal, du kleiner Wichser. Ich hab doch nen Knüppel. Ich hab doch einen. Nein, hör auf. Ich will nicht noch einen. Nein. Mit drei Knüppel. Oh. Ein Moment. Ähm. Was jetzt? Ja, ähm, ich brauch Fleisch. Bringst du mir mal Fleisch mit? Oh, selbstverständlich. Ähm, ja. Haben wir denn überhaupt noch nicht gebraten... Ach, wir haben gar kein nicht gebratenes Fleisch mehr, glaub ich. Definitiv in der, äh, in dem Futterdruck. Achso, okay, ja. Ja, wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier vorne. Bisschen weiter weg einfach. Einfach Richtung, Richtung Klippe. Ja, das ist auch keine sehr gute... Einfach Richtung Klippe, Junge. Lauf einfach Richtung Klippe. Wat für ne Klippe? Klippe. Hier vorne halt einfach. Achso, jetzt seh ich dich ja eigentlich auf der Karte, oder? Ne, ich seh nur mich selbst. Außerdem hat sich meine Karte resetet. Auch sehr cool. Und ich bin riesig auf der Karte, also wirklich. Ich bin so riesig. Hast du Fleisch jetzt mitgebracht? Oh man, für den fucking... Willst du mich verarschen? All das für noch einen von diesen Spindern? Ja. Ich kann das bei ihm nicht ins Inventar legen, warum nicht? Das weiß ich nicht. Ne, ich kann's ihm nicht ins Inventar legen. Ja, dann dropp's doch einfach. Alter. Achso, ne, ich hab das... Warte mal. Mit... Hans-Ferber mit R, ne? T. T. Okay, ne, das geht nicht. Da muss ich wirklich ploppen. Also, wenn du mal fertig bist, dann ist der wieder aufgewacht. Ja, dann besorgt er dein eigenes Fleisch, wenn du den Fingermaster cremen willst. Hä? Ich glaub, der ist verbackt. Er hat auch keine Bewusstseinsanzeige. Das ist... Irgendwie komisch. Ich glaub, bei mir... Doch, bei mir hat er die gehabt. Doch, der hat eine... Der ist noch ein Viertel bewusstlos jetzt, aber das nimmt immer weiter. Der ist gleich, ich wach da auf. Hä? Diese Kreatur kann nur... Der kann nur gezähmt werden, wenn er wach ist. Sag mal, hast du vergessen, dass du beim letzten Mal gesagt hast, dass du den Wagen warst? Ich hab den halt nur geschlagen. Ja, aber wenn er bewusstlos... Also, das mit dem Fleisch, das funktioniert doch gar nicht. Ja, ist ja gut. Das hast du doch beim letzten Mal sogar selber festgestellt. Warum hast du jetzt Fleisch in den gelegt? Hab ich ja nicht. Oh, da ist ein Moshops. Seltener Pilz, Alter. Leck mich am Arsch. Huh? Äh. Ach so. Okay, ich hab ihn nicht mal geschlagen. Ich hab gar nichts gemacht. Der ist auf mich zugerannt und jetzt gehört er uns. Hey, da ist ein Moshops. Wahrscheinlich, weil ich ihn vorher geschlagen hab. Mich wundert bloß, dass er... ...bewusstlos war. Ach. Der braucht einen seltenen Pilz, dieser Wichser. Wie nennen wir dich denn? Oh, ich hab keine Musik angemacht, hab ich vergessen. Ich nicht. Ja, weil du ja schon streamst. Ja. Und? Und ich erst jetzt on. Ja, weil du schon Musik die ganze Zeit wahrscheinlich anhattest. Wie, ja und? Du bist Vanessa. So. Wie billig diese Hütte einfach aussieht, ne? Mit diesem einen Fenster. Die ist ja auch billig. Ja. Da hab ich doch glatt mal vor die Hütte geschissen. So, was machst du? Ja, um einen Hass auszudrücken für dieses Gebäude. Das find ich nicht gut. So, also eigentlich war ja Agentar, was auch nicht schlecht, ne? Ja, den kriegen wir noch nicht. Den kriegen wir nicht. Warum denn nicht? Wir haben noch Narkopfeile jetzt. Ja. Mhm. Der würde uns einfach töten. Außerdem müssten wir erstmal da hochlaufen. Wobei, so weit ist es tatsächlich gar nicht. Der Pego Massaxx hat mir 29 Steine geklaut. Wer auch damit? Lass das. Ja, das ist auch wieder bewusstlos. Ich hätte mal, jetzt tue ich einfach nichts. Und wenn er aufwacht, dann gehört er wieder mir. Alter, warum komm ich da nicht hoch? Ja, das ist eine Invisible Wall, oder was? Ist doch scheiße. Wo bist du denn vor allem schon wieder? Einfach hier hochgelaufen. Ich dachte, wir wollen hier mal zusammen was machen. Ich brauche halt einfach wieder ab. Okay, ich habe einen Moshops gezähmt. Den müssten wir jetzt hier mal abstellen. Der ist beim Raptoren zähmen vielleicht nicht so gut. Wenn man den dabei hat. Ja, na logisch. Logisch, bringst du den Moshops erstmal hier nach Hause in Sicherheit. Ja, komm. Auf dich zu freuen. Wir haben es eilig. Gott, bist du langsam. Weißt du was? Ich packe dich einfach hier. Ach so, wir sind wahrscheinlich wieder nicht in einer Gang, ne? Wieso? Wir sind doch in einem Tribe. Sind wir? Ich habe dich doch letztens in den Tribe eingelernt, oder nicht? Ja, aber warum sehe ich dich dann nicht? Ja, du bist mit im Stamm. Ja, aber warum sehe ich dich dann nicht auf der Karte? Keine Ahnung. Ja. Ich auch nicht. Vielleicht sieht man sich einfach nicht auf der Karte. Ne, ich glaube, wir haben uns bei der letzten Welt auf der Karte gesehen. Oder warum ruckelt das immer noch? Dieses kleine Mistvieh. Na gut, dann warte ich jetzt wohl hier erstmal, bis du wieder da bist. Sobald wir ein paar Toren haben, könnten wir auf jeden Fall schon mal eine Höhle machen. Ich weiß auf jeden Fall, wo ein Artefakt ist, was man für die Bosse nachher später braucht. Das ist nämlich da, wo wir mit Robby und Leo mal die Base hatten. Also auf der anderen Seite. Oh, alle. Alles klar, du willst einfach schon Artefakt für Bosse holen, oder? Ja, warum nicht? Ich meine, wenn man ein paar Raptoren hat, habe ich gesagt. Ja, ja, ist mir klar. Aber Priorität, vielleicht erstmal Spino, T-Rex, Agentavis, dachte ich. Nö. Nö. Direkt Boss. Direkt Boss. Du zählst jetzt aber nicht schon Raptoren allein, oder? Ich suche Raptoren gerade. Ja, willst du vielleicht erstmal wieder zurückkommen, damit ich auch was machen kann? Komm doch einfach mit. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich bin doch einfach nur weitergelaufen. Da oben. Junge, was ist das für eine Info? Einfach nur weitergelaufen. Siehst du mich nicht? Also ich sehe dich hier. Nein, ich sehe dich nicht. Äh, ist schlecht. Ich sehe weder deinen Namen irgendwo in der Luft, noch sehe ich dich auf der Minikarte. Ich muss, also du müsstest quasi rennen dann irgendwo. Ich müsste dich irgendwo erkennen hier. Nein. Ich sehe dich in der Landschaft hier nicht. Ich bin einfach bei unserem Haus und ich sehe dich hier nicht. Nein. Deswegen habe ich schon 20.000 Mal gesagt, warte ich gerade die ganze Zeit darauf, dass du jetzt zurückkommst, damit wir dann zusammen losgehen können. Warum bist du denn nicht gleich mitgekommen? Junge, du bist irgendwo hinweggerannt. Da war ich gerade noch halt zu Hause und habe ein paar Sachen sortiert und so. Was sind das jetzt? Achso, Bären geklaut. Ja. Ja. Ja, du kleinem ist es. Perfekt. Aber das ist auch, weil du der Stammeoberhaupt bist. Ich glaube, bei unserer anderen Welt war ich der Stammesoberhaupt und nur der kann die Mitglieder sehen, aber die Mitglieder können ihn nicht sehen. Nee, war ich nicht bei der anderen Welt der Host? Nee, ja, du warst der Host des Servers, aber nicht der des Stammes. So wie ich jetzt der Host von dem Server bin, aber du den Stamm quasi gegründet hast. So habe ich dich, glaube ich, beim letzten Mal eingeladen in die Gruppe. Und deswegen konnte ich deinen, also da konnte ich dich auch immer sehen, aber jetzt kann ich dich halt nicht mehr sehen. Was machst du denn jetzt gerade? Musst du mich hinlegen? Ja, ich habe das gesehen. Warum fragst du denn dann so blöd? Ja, es sah trotzdem irgendwie dumm aus. Oh, da ist ein Theri. Oh, Theri. Theri sind ja auch so ein Ding, ne? Will ich eigentlich auch mal wieder ein Theri haben, aber da können wir uns später drum kümmern. Wie los? Hier können wir irgendwo Raptoren finden wahrscheinlich, ne? Ich bin schon wieder am Verdosten. Ja, man kriegt echt, also man kriegt so schnell Dost. Oh, soviel zum Thema Raptoren. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ah, aber das sind zu viele, ne? Ja. Oh, der Parasaurus, der fängt sie ab. Oh, sie sind immer noch hinter mir. Ah, einer ist noch immer hinter mir. Aber ich kann irgendwie weglaufen vor ihm, ich weiß nicht warum, aber ich bin schneller. Hä, warum wurde meine... Achso, das war dein Pego-Mastax, der wahrscheinlich gekillt wurde von dem Raptor. Ja. Alter! Nein, ich bin die ganze Zeit schneller gewesen, aber jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Oh, er rennt weg. Scheiße, ich hätte ihn fast haben können. Steh auf, steh auf, steh auf. Man braucht nicht so viele Narko-Pfeile für Diva. Gut, gut. Ich habe zwei, ich habe zwei verschossen und der ist schon weggelaufen, also vier oder so und dann wäre der wahrscheinlich gezähmt gewesen, aber ich musste jetzt weg, damit ich... Wie wollen wir, wie wollen wir denn Raptor 10, wenn die so viel Damage machen? Äh, Bolan. Achso, ja gut, okay, das ging jetzt aber in dem Fall nicht, weil Teil 10.000... Hier ist einer, ne, zwei. Ja, ich muss jetzt erstmal ganz kurz mich hier healen. Okay, drei, never mind. Äh, ich habe jetzt ein Problem, ich stehe jetzt hier auf so einem scheiß Felsen und die lauern jetzt hier unter mir. Ich komme nicht mal zu meinem... Zu meinem, äh, hier, Rucksack, leider. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich finde euch mit meinem Trash. Alter, was heißt, ich bin... Was heißt, ich soll mich ausruhen und bin total erschöpft? Dann ruhe dich aus. Aber mach schnell. Ich muss halt die Raptoren hier jetzt irgendwie wegkriegen. Es sei... Oder du probierst die irgendwie abzusnipen von dem anderen Felsen aus. Wenn das drei Raptoren sind, dann greife ich die nicht an. Es sei denn, ich kann wirklich aus einer erhöhten Position, wo die definitiv nicht hinkommen, dann ja. Aber ansonsten... Ja, da weiter vorne ist halt noch so ein Felsen, so wie auf dem ich gerade draufstehe. Ja, aber ich finde dich ja... Also jetzt finde ich dich ja zum Beispiel niemals mehr wieder. Also ich muss halt jetzt wahrscheinlich wieder richtig tief in den Dschungel, bevor ich auch mal ansatzweise sehen würde, wo du gerade bist. Ich bin da wieder rausgerannt, um mich zu hielen, weil der mich halt wirklich... Der hätte mich fast auch gekillt. Ich konnte nur ganz knapp entkommen. Ich bin jetzt am Rand von diesem Dschungelgebiet. Aber immer noch am Strand, sozusagen. Aber schon ein Raptor hat mich quasi gekillt, kann man sagen. Fast gekillt mit zwei Hits oder so, die er auf mich gelandet hat. Oh, hier sind Kanos. Hier sind zwei Kanos und ein Terry. Oh! Kompis! Ja, die chillen jetzt da unten bei meinem Rucksack. Das ist echt scheiße. Kanos? Wären Kanos verkehrt? Nein. Ich meine, es sind zwar zwei Stück jetzt hier in dem Fall, aber wie wäre es denn mal einfach mit so einem Kano oder zwei? Wenn die Raptoren halt in einer Gruppe unterwegs sind und man die anders irgendwie nicht, ne? Wenn es halt nicht geht. Das geht. Wie gesagt, man muss hier einfach nur bohlen. Ja, aber nicht, wenn es so viele sind. Du kannst nicht drei oder vier Raptoren gleichzeitig bohlen. Nö, ach man. Hier war jetzt einer vereinzelt. Ja, aber ich muss ja erstmal zu dir finden überhaupt wieder. Ich brauche halt meine Items. Ohne die kann ich die halt nicht bohlen. Warum ist das hier jetzt grün? Ich habe zwei Bohler, zwei Bohler-Dinger. Na gut, ich akzeptiere das jetzt einfach. Das ist ein Parasaurier da vorne. Aber wenn ich hier vielleicht einen Raptor vereinzelt kriegen könnte, das wäre halt nice. Hast du eine Bohler? Ich habe zwei Bohlers. Ich bin jetzt wieder ganz am Rand von diesem Gebiet, wo wir gerade in dieses Gebiet sozusagen reingekommen sind. Ja, ich bin hier. Achso, da bist du. Okay. Soll ich dir einfach eine Bohler geben? Dann kannst du auch ohne dein jetziges Zeug halt bohlern. Kannst du machen. Ich muss halt an meine Quip, wenn wir wieder rankommen. Ja, aber das schaffst du ja am ehesten, wenn du halt eine Bohler hast. Dann kannst du dich, wenn du das irgendwie wehren. Äh, wie konnte ich? Achso, ja klar. So, zack. Eine Bohler. Ja, jetzt habe ich noch einen neuen Narkopfer, Hilde. Alter, ich komme nicht mal diesen Scheißstein hier hoch. Ich sehe halt meine Leuchtsäule nicht hier im Dschungel. Das ist so ultra gefährlich einfach nur hier. Da vorne sind Raptoren, die fighten gerade einen Trike. Warte, vielleicht ist das hier irgendwie? Hier ist gerade ein Stein. Ich glaube, vielleicht kommen die hier nicht hoch. Pff, uh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße, ich sehe das. Ich sehe den Raptoren. Ich glaube, das ist so ein Alpharer vorne. Oh Gott. Scheiße. Nee. Abhörst du von dem Theri? Ja. Alter, dieses Gebiet können wir vergessen, oder? Also ganz ehrlich, mach dir deine Kripte doch einfach nochmal neu. Und lass uns nie wieder in dieses Gebiet gehen, bevor wir nicht krass sind. Ja, das war jetzt einfach nur anlucky. Ja, aber hier sind so viele Theris unterhand. Es war genau der gleiche, glaube ich. Ja, aber um die kommen wir ja nicht rum, wenn du dein Zeug willst. Doch, ich bin gerade einfach nur unglücklich in die Reingelaufen. Na gut, okay. Wenn du meinst, du packst satt. Muss alle 10 Sekunden runter zum Wasser und mir und den Durst stillen, das ist auch total nervig. Ja, kann man auch anpassen. Ich glaube, das haben wir auch runtergestellt, dass man so sehr viel Durst bekommt. Ich mach schon meinen Wasserbeutel voll jedes Mal und dann funktioniert das trotzdem noch nicht. Oh, Piranha. Mittlerweile müssen da doch auch so viele Leuchtsäulen sein. Keine, siehst du überhaupt noch durch, welche da... Ne, es wird ja immer nur eine angezeigt. Oh, da ist schon wieder ein Theri. Ja, den meinte ich verhindert sich. Hier sind auch die zwei Kanu's bei dem Theri hier. Ich will einfach nur mein Zeug haben. Mehr will ich gar nicht. Ah, ich glaub irgendwie nicht, dass du das Leben an das Zeug ran und danach wieder da raus schaffst. Ich halte das für äußerst unrealistisch. Wie er sich immer hinlegt. Ja, Ausdauer ist halt scheiße. Ja, ja, ich hab auch zu wenig. Ah, diese eine Raptor, der hier gerade gegen den Trike kämpft hat, vielleicht kann man den irgendwie... Wann das nicht mehrere? Ich hab nur einen gesehen. Wenn mehrere waren, dann geht das natürlich nicht. Ich glaub, der wird tot sein. Das war, glaub ich, ein Alphatralk. Ne, ich glaub, der hat den gefickt. Ah, Abba! Warte, nu. Jamska durch Raptoren. Wo ist denn meine Leuchtsäule? Ich seh meine Leuchtsäule nicht. Jamska durch Raptoren. Oh mein Gott, ich bin gerade am Weglaufen vor denen. Alter, ich geh in dieses Gebiet nicht mehr. Scheiß auf dein Zeug, ganz ehrlich. Ich geh, ich setz einen Fuß rein, werd sofort wieder von Raptoren angegriffen. Ey, kein Bock mehr. Da war gerade auch ein Raptor, der war allerdings allein. Oh, jetzt greifen die Raptoren. Okay, jetzt greifen die Gott sei Dank hier irgendjemand anderes an und nicht mich. Okay, da ist meine Leuchtsäule, meine letzte. Alter, die kämpfen hier auch. Jetzt kämpft hier eine Gruppe Raptoren gegen eine Gruppe Trikes. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der Gewinner ist. Och, Junge, Junge, jetzt kommen hier Insekten, verpisst euch. Ja, die Raptoren haben die Trikes richtig hops genommen, aber so ganz anders. Jetzt sind die hier am Strand. Ach, du Scheiße. Mann, diese scheiße Insekten. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht in die Base hier rein. Oh Gott. Ja, gut. Wie gesagt, mein Vorschlag ist, ein Kano oder ein Teri oder irgendwas, was alleine rumläuft. Äh, kannst du ja schon mal machen, wenn du das unbedingt machen willst. Ich bin alleine, hm. Ja, ganz bestimmt. Mit neuen Narko-Feinden versuche ich alleine ein Kano zu zähmen, ja klar. Das glaube ich eher nicht. Junge, warum ist das hier grün? Alter, das ist so Aids. Ach, willkommen zurück, Mr. Brust-Tag. Aber ich kann mir in der Zeit nochmal ein weiteres Level farmen und dann schon mal Narko-Pfeile machen. Natürlich, das, was man braucht, ist wieder nicht da. Was brauchst du denn? Stroh. Äh, hab ich gerade reingelegt. Hast du mich genau verpasst. Aber ich hab gerade eine ordentliche Nahrungsstroh reingelegt. Achso, ich hätte das schon letztes... Oh mein Gott, ich hätte das schon letztes Level machen können, Trottel. Du hast die ganzen Beteiligungsmittel rausgenommen schon? Ja. Die sind sehr langsam. Ach was, ich crafte ja auch gerade. Und gehst da bei Bahn? Hä? Warum ist hier so ein komisches Gebiet eingekreist? What the fuck? Aber wenn hier so ein Raptor noch am Strand wäre, von denen die Trikes backgemacht haben. Wegen dem Futtertrog oder was? Ja, ja, weil der... Genau, man sieht auch bei den Dinos, wer von dem Futtertrog profitieren kann. Also das ist dann so ein Symbol über den Dinos. Ja, das meine ich nicht. Bei mir ist hier so ein grüner Kreis. Der leuchtet hier die ganze Zeit. Ja gut, der ist bei mir nicht. Ja, schon klar. Der sollte, glaube ich, normalerweise auch nicht da sein. Also gehst du jetzt nochmal in das Gebiet oder craftest du dir dein Zeug jetzt einfach nochmal neu? Crafte mir mein Zeug gerade einfach nochmal neu. Okay. Hier fehlen jetzt Narko-Berrys. Hier läuft's noch. Achso, wir haben ja so viele Narko-Berrys. Komm mal rüber und zack und rein da. Oh, die Raptoren sind da noch am Strand. Siehst du? Yep. Jetzt sind zwei... Oh shit, drei. Oh shit, drei Raptoren. Ey, wenn einer von denen mal so ein bisschen von den anderen abweichen würde, könnten wir versuchen, einen von denen zu holen. Ähm... Oh, ey, was ist denn jetzt los? Hä? Ach, wegen diesem komischen scheiß Klau-Fiechter oder was? Ja. Gehen die jetzt alle hier ab? Alter, wenn die Raptoren hier in unsere Base kommen, sind alle unsere Dinos tot, ne? Hm. Uno, Sekundo, meine Misch ist gerade fertig geworden. Hier muss ich irgendwann kurz abholen gehen. Okay. Kannst du dich bitte verpissen? Der Dude blockiert unseren Eingang hier. Okay. Whatever. Wo sind die Raptoren gerade? Sehr gut, danke schön. Ich hoffe immer, dass ich hier kurz sicher bin und ich bin gleich wieder da. Alter, dieser grüne Scheiß geht mir so auf den Sack. Okay, dann halt nicht. Okay, dann halt nicht. Okay, dann halt nicht. Okay. So, jetzt kommt's. Okay. Das war's. Das war's.